Ein Dua von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Hör diese Dua, bei Bruder. Allahumma inni as'alukas shauqa ila liqa'ak. Allahu Akbar. Ja Allah, ich bitte dich, dass deine Begegnung, ich vermisse deine Begegnung, Bruder. Bei Allah. Wie lange praktizieren jetzt die Islam? Wie lange beten wir? Wie lange leben wir in seinem Chayris und in seiner Naam und seiner Gnade? Wann hast du es so gut gemacht und du hast gesagt diese Wörter? Ja Allah, ich liebe dich. Haben wir diese Wörter gesagt, Bruder? Du sagst, ja Allah, ich liebe dich. Du hast mich von Dunkelheit raus zu dieser Nutz und diesem Licht. Ja Allah, die Menschen sind verloren und ich bin rechtgeleitet. Ja Allah, du gibst mir gesunde Kinder. Ja Allah, du gibst mir eine rechtschaffene Frau. Ja Allah, du hast mich alles gegeben. Ja Allah, du hast mir Gesundheit gegeben. Du hast mich alles gegeben. Ja Allah, ich bedanke mich bei dir. Musa a.s. Die haben gesagt, wie soll ich bei Allah bedanken? Oder er hat gefragt, ja Allah, wie soll ich bei dir bedanken? Ja Musa, du hast mich bedankt. Wann kannst du bei Allah bedanken? Wenn du nicht mehr bedanken kannst. Weil du kannst nicht bedanken. Wegen Dankbarkeit brauchst du Dankbarkeit. Dass du sagst, ja Allah, leka alhamd, du brauchst auch alhamd. Weil er hat dir diese Wörter gegeben. Bruder, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er vergibt dir und er umwandert deine ganze Sünde zu guten Taten. Er will nur, dass du dich ergibst. Ja daakir al-Ashaab. Kom mutadibane. Ja daakir al-Ashaab.